Es ist schon wieder passiert, Luisa Neubauer bekam erneut eine Plattform in Rundfunk, um ihre Meinung zu den aktuellen politischen Geschehnissen zu äußern, insbesondere zu den Kampf gegen Rechtsdemos. Und wer hätte es gedacht, sie waren vor einem Rechtsruck, vor der Diskriminierung und der Fall der Brandmauer. Und für sie waren diese Demos der selbstbewusste Ausdruck einer gelungenen, durch zwangsfinanzierten, medialen, linksgrünen, ideologischen Gehirnwäsche, der endlich deutschlandweit Früchte trägt, um die Opposition einzuschüchtern, um vom eigentlichen Regierungsversagen abzulenken. Oh, Entschuldigung, das war ein Fehler der Redaktion, das kommt nicht nochmal vor. Sie sagte eigentlich, diese Demos sind ein selbstbewusster Ausdruck einer politischen Mitte. Ah, genau. Und deshalb sparte Frau Neubauer auch nicht an harter Kritik gegen CDU, CSU und den Freien Wählern, weil die es sind, die den Rechtsradikalismus Tür und Tor in die Gesellschaft öffnen, indem sie Sprache, Gedankenbilder und Erzählungen übernehmen. Für sie ist klar, die Konservativen müssen endlich begreifen, dass unkontrollierte Zuwanderung keine Nachteile mit sich bringt. Und wer da auch nur im entferntesten Sinne rechte AfD-Kritik, wie zum Beispiel, dass eine Zuwanderung in die Sozialsysteme langfristig zum wirtschaftlichen Kollaps führen kann, äußert, der sollte sich nicht wundern, wenn ihn der Zorn der gesellschaftlichen Mitte nachts im Dunkeln auf den Heimweg trifft. Denn wehrhafte Demokratie muss auch mal gegen Andersdenkende ordentlich zuschlagen können. Nur so können wir sicher sein, dass Meinungsfreiheit auch noch in Zukunft gewährleistet ist. Deshalb hören wir uns nun die rhetorische Brillanz der Millionärstochter an, die scheinbar gegen Inflation, Preissteigerungen und Mieterhöhungen völlig immun ist. Wahnsinn und weiter geht's. Diese Demos standen in weiten Teilen Deutschlands unter dem Motto Zusammen gegen Rechts, in München unter dem Motto Gemeinsam gegen Rechts. Wo fängt Rechts für Sie an? Grundsätzlich haben sich diese Demos, die ja wirklich auch im letzten Dorf sogar stattgefunden haben, glücklicherweise, ja vor allem gegen das Antidemokratische, das Ausgrenzende, das Diskriminierende gerichtet. Aber auch, ich würde sagen, in vielen Teilen, wie ich das beobachtet habe, gegen eine Tendenz, die wir in der demokratischen Mitte sehen, nämlich ein Ruck nach rechts, wo wir sehen, tiefrechte und teilweise rechtsextreme Sprachen, Erzählungen, Gedankenbilder rücken rein in das, was sich als, ja, demokratisches Zentrum versteht. Und auch da wurden Leute gegen laut und das ist in meinen Augen auch sehr richtig und sehr notwendig gewesen. Herr von Neubauer, Hubert Alwanger, der Chef der Freien Wähler hier in Bayern, der hat gesagt, Linke unterwanderten diese Demonstrationen in Deutschland und meinten mit, Zitat, rechts in Wirklichkeit die bürgerliche Mitte. Was halten Sie davon? Bitte um eine ganz kurze Antwort. Ich persönlich habe auf den Demos in Hamburg und Berlin, aber auch sonst an vielen Orten und auch im Internet genau diese bürgerliche Mitte sehr selbstbewusst auf der Straße gesehen und das finde ich ist fantastisch. Dass sich vielleicht Hubert Alwanger mal selbst fragen könnte, wie es um seine eigene politische Brandmauer bestellt hat, das würde ich begrüßen. Ja, Hubert Alwanger, besser lass dir mal Augen am Hinterkopf wachsen, sonst eines dunklen Abends wird der Tag kommen, an dem du nicht mehr vor der Brandmauer stehst, sondern dahinter. Und da kann ich Frau Neubauer auch komplett verstehen. Ich würde mir auch nicht von einem Konservativen aus Bayern, der die Grünen um die Regierungsmöglichkeit gebracht hatte, erklären lassen, dass sich viele Menschen von diesen Demos verunsichert fühlen. Und auch ein Wirtschaftsminister aus Bayern muss endlich in die heutige Zeit ankommen und verstehen, dass Mitte links das neue Rechts ist und jeder, der nicht mitmachen will, der ist halt ein Rechtsextremer. Fertig oder er wird fertig gemacht. Das bedeutet Demokratie. Aber was halten denn Menschen mit einem guten Ruf und langjähriger politischer Erfahrung von Frau Neubauers politischer Haltung und Herangehensweise? Fragen wir dafür doch am besten Herr Broder. Doch vorher möchte ich Sie noch schnell daran erinnern zu abonnieren, damit Sie auch in Zukunft immer mal wieder was zum Lachen haben. Weiter geht's. Die Sache mit dem guten Zweck, der die Mittel heiligt, das ist das Grundmatra jeder Diktatur. Ich habe das an der Stelle schon ein paar Mal gesagt und ich werde nicht aufhören. Es ist das Grundmatra jeder Diktatur. Der Kommunismus hat auf einem guten Fuß angefangen. Der Nationalsozialismus wollte. Die Idee war vielleicht auch gut, aber auch nicht mehr. Und es war auch nicht alles schlecht im Nationalsozialismus. Die Arbeitslosen kamen von der Straße. Ja, also das zählt nicht. Wissen Sie, was für mich zählt, ist dieser mafiosa Auftritt dieser Menschen, die etwas Totalitäres mit sich bringen. Und ich weiß, Sie werden mich gleich tadeln, weil, das sagt man nicht, das sind Öko-Faschisten. Und vielleicht sind das sogar schon Öko-Nazis, weil sie eine Ideologie vertreten, die alle anderen zu Idioten macht. Und sie sind die einzigen, die den Zugang zu reinen Wahrheit haben. Und das ist keine Verhaltensart, die man in der Demokratie dulden kann. Also, wenn Herr Broders diese Zusammenhänge herstellt, dann fallen mir auch ein paar Sachen ein. Denn während der Nationalsozialismus weltweit Führung seiner Ideologie beanspruchte, so sehe ich bei den Grünen zufälligerweise eine Ähnlichkeit. Sie wollen auch der ganzen Welt ein Beispiel sein und jeder muss dem deutschen Vorbild folgen. Und statt diesem veralteten Nationalsozialismus haben wir den Internationalismus, also Deutschland den Nicht-Deutschen, schon ein bisschen schräg. Also könnte man sagen, dass wir heute nicht mehr den Aria wollen, aber wir wollen weltweit den perfekten, klimaneutralen Menschen. Und dann erinnert mich die Antifa ein wenig an die Geheimpolizei. Beide haben so etwas Einschüchterndes. Entweder sind alles Zufälle oder der Deutsche hat einen gewissen schrägen Zyklus. Und der läuft nicht immer gleich, aber er reimt sich irgendwie. Ist vom Sinn her gar nicht so weit hergeholt, oder? Doch natürlich sind diese Anspielungen reine Satire und wir geben das Wort zurück an Genosse Neubauer. Weiter geht's, Daumen hoch. Dass sich im bürgerlich-konservativen Lager zumindest Verunsicherung breitmacht. Ja, viele Leute, bürgerlich-konservative Unionswähler in Bayern, auch freie Wähler, fühlen sich nicht wirklich eingeladen, um es mal so zu formulieren. Wie gehen Sie damit um? Hätten Sie die nicht gerne dabei? Ich halte es für, oder erst mal finde ich es fantastisch zu sehen, aus wie vielen unwahrscheinlichen Ecken gerade in diesem ganzen Land, in der gesamten Gesellschaft, Leute sagen, ich bin am Start. Wir haben Chefs gesehen von Fußballclubs und von Kirchen, von Gewerkschaften, die gesagt haben, natürlich sind wir hier. Ich sehe gleichzeitig auch eine Verunsicherung, die ich gar nicht nur falsch finde. Dort nämlich, wo wir zum Beispiel in einem konservativen Lager uns fragen, wie stabil ist eigentlich die Brandmauer? Ja, wie stabil ist eigentlich die Brandmauer? So eine Verunsicherung kann ja dabei helfen, wieder auf den rechten Weg zu kommen. Ich meine den linken Weg. Wir sind ja alle Klimapaten. Ich meine Christen. Weiter geht's. Und natürlich richtet sich eine Art Unzufriedenheit auch genau auf diesen politischen Ort, der gefragt werde, jetzt ganz demonstrativ zu sagen, nein, wir sind stabil, wir zeigen klare Kante. Wir haben aber jetzt, und das ist auch ein Teil der Geschichte, wir haben erlebt in den letzten Monaten, wie immer mehr aus dem konservativen Lager, auch zum Beispiel aus der CSU, tiefrechte, hochproblematische Wörter, Sprache, Erzählungen in die Welt gesetzt wurden. Und man muss sich fragen, ist die Brandmauer da so stabil? Das heißt aber, Sie können nicht sagen, wir hätten die CSU bei dieser deutschlandweiten Bewegung gerne dabei? Ich glaube, natürlich sollten die demokratischen Parteien in ihrer Gesamtheit vertreten sein. Sie müssen es aber nur ehrlich meinen. Man kann nicht an einem Tag auf der Demo stehen und sagen, Friede, Freude, Demokratie für alle. Und auf dem nächsten Tag losziehen. Und wieder rechte Sprachmuster überzunehmen, von Zwangsgebühren zu sprechen oder von Asyltourismus. Und zu meinen, damit würde man irgendeine Brandmauer schützen. Das geht nicht auf. Und diese Doppelmoral oder diese Doppelzüngigkeit, das sehen ja auch Menschen dieser Gesellschaft. Und natürlich sorgt das dafür, dass zumindest, ja, ich würde sagen, die Erwartung im Raum steht, dass man sich hier entscheiden muss und beweisen muss, ja, Haltung heißt für uns keine Anbiederung nach Recht, sondern Klarheit in der Demokratie. Also, ich kürze das jetzt mal ab und übersetze die Aussage von Frau Neubauer unkompliziert und verständlich. Hallo, wenn ihr nicht für uns seid, dann seid ihr gegen uns. Falls ich das irgendwie falsch verstanden haben sollte, könnt ihr mich ja gerne in den Kommentaren reflektieren. Und wenn ich richtig gelegen habe, dann bestätigt mich, freut mich. Aber bleibt respektvoll und keine linken Aktionen, ich meine rechte Aktionen. Aber trotzdem, um Missverständnisse zu vermeiden, haben wir das Glück, dass sich Frau Neubauer nochmal erklärt. Es soll sich ja keiner unpässlich fühlen, denn schnelles Atmen führt zu einem höheren CO2-Ausstoß. Das weiß ja schließlich jeder, innen. Mit aber einem wirklich großen Teil womöglich der bürgerlich-konservativen aus, die zumindest verunsichert sind, weil sie das sagen, was sie eben gesagt haben, Anbiederung. Was versteht man unter diesem Begriff als bürgerlich-konservativer? Ja, um es nur nochmal zu betonen, ich halte es für gegeben, dass sich Demokratiedemos mit ihrer Einladung an das gesamte demokratische politische Spektrum richten. Und ich würde einen riesen Unterschied machen zwischen Wählerinnen und Wähler einer Partei und Parteispitzen, die in einer ganz anderen Vorbildfunktion sind. Und wir stehen gerade vor einer Situation der elementaren demokratischen Bedrohung und wir müssen in genau diesem Augenblick genau hingucken, woher kommen denn diese Bedrohungen? Die kommen vom rechtsextremen Rand, von genau diesen Treffen, wie sie die Korrektivrecherchen aufgelegt haben, aber da hören sie nicht auf. Und wenn zum Beispiel tiefrechte Ideologien von demokratischen Parteien weitergetragen werden, dann ist uns da in der demokratischen Frage nicht geholfen, sondern müssen wir das auch benennen können. Aber inwieweit findet das statt, Frau Neubauer? Wer macht sich diese Ideologien, die Sie gerade angeprangert haben, wer macht sich die im bürgerlich-konservativen Lager zu eigen? Jetzt lasst uns mal ganz kurz so tun, als wäre ich, Luisa Neubauer. Also, Herr Reporter, ich verstehe Ihre Frage nicht, aber das spielt auch grundsätzlich keine Rolle, denn wir stehen nämlich vor einer elementaren demokratischen Bedrohung. Und damit meine ich natürlich nicht die Wähler, die können ja nichts dafür, dass sie verzweifelt versuchen, der grünen Realität zu entfliehen, also der einzigen echten Realität. Und die eigentliche Problematik liegt vielmehr in den Parteiensystemen, die andere Meinungen anbieten, als würden diese eine Berechtigung haben. Und an diesem Punkt muss ich Frau Neubauer irgendwie links, ähm, ich meine recht geben. Denn man sagt nicht umsonst, wehe den Anfängen, wenn man in diesen Situationen nicht hart durchgreift und den Menschen gezielt und robust die Augen öffnet, dass es nur eine Demokratie gibt, dann will ich nicht wissen, welche Verwerfungen auf unser wunderschönes Land warten könnten. Und deshalb danke ich Frau Neubauer zutiefst für ihre demokratische Haltung und Sichtweise, die mich persönlich wieder ein Stück reicher gemacht haben. Und danke an all die Menschen, die auf der Straße gehen und kämpfen, kämpfen gegen Meinungen, kämpfen gegen Andersdenkende. Das ist wichtig. Das war's mal wieder mit dem Video und vergisst nicht zu abonnieren, damit wir zusammen immer mal wieder ein bisschen lachen können. Und vergisst nicht, alles war nur Spaß und Satire. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.